Hallo und herzlich Willkommen im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Mein Name ist Sebastian Dörfler. Ich bin Mitglied des Kuratorenteams unserer aktuellen Sonderausstellung Gier, was uns bewegt. Und ich möchte euch heute ein besonders schmutziges Gier-Thema vorstellen, nämlich Gier und Gas. Damit meine ich Giftgas, chemische Kriegsführung. Dazu haben wir zwei Geschichten in der Ausstellung, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Die erste Geschichte dreht sich um einen mehr oder weniger berühmten Mann, den Chemiker Fritz Haber. Haber war nicht irgendein Chemiker, sondern ein Nobelpreisträger. 1920 bekam er den Chemie-Nobelpreis und wir zeigen hier die prachtvolle Nobelpreis-Urkunde. Ja, und dieses Objekt zeigt gleich mal, warum ist Haber bei uns in der Gier-Ausstellung. Nun, er hat sozusagen das gewonnen, was sozusagen der Preis oder das Ziel eines jeden wirklich ehrgeizigen, in dem Wort steckt das Wort Gier schon drin, als ehrgeizigen Wissenschaftlers ist. Haber war begierig nach Wissen, aber auch nach Erfolg, Anerkennung und ein Stück weit auch nach Macht. Warum hat er den Nobelpreis bekommen? Ihm gelang es, Ammoniak aus Luftstickstoff und Wasserstoff zu gewinnen und das ist entscheidend für die Düngemittelproduktion gewesen. Also Haber hat die Düngemittelproduktion revolutioniert. 1909 ist ihm das, wie gesagt, gelungen und der Stickstoff, der für das Pflanzenwachstum wichtig ist und der sozusagen ja unbegrenzt in der Luft vorhanden ist, konnte nun sozusagen aus der Luft gewonnen werden und in Form des Ammoniaks dann für die Düngemittelproduktion hergenommen werden. Und deswegen hieß es, er hat Brot aus der Luft gewonnen. Und bis heute ist dieses Verfahren wichtig und man sagt, dass ja fast die Hälfte der heutigen Weltbevölkerung sozusagen davon lebt, dass es eben dieses Verfahren gibt. Das ist also jetzt die positive Seite von Fritz Haber, für die er ausgezeichnet wurde und für die er heute noch berühmt ist. Seine negative Seite hängt eben mit seinem Ehrgeiz zusammen. Er war ehrgeizig, er wollte Erfolg, er wollte Macht und er war auch ein überzeugter Patriot, Nationalist, überzeugter Deutscher. Und deswegen hat er im Ersten Weltkrieg alles getan, um die Chemie in den Dienst der Kriegsführung zu stellen und er hat das deutsche Chemiewaffenprogramm geleitet. 1915 wurde erstmals tödliches Chlorgas von deutscher Seite eingesetzt bei Ypern. Es gab tausende Tote und Verwundete auf der Seite der Entente, also französische Soldaten, kanadische Soldaten sind diesem ersten Angriff zum Opfer gefallen. Das war völkerrechtswidrig, wurde aber so nach dem Motto, Not kennt kein Gebot gemacht. Haber war arrogant, damit war er kein Einzelfall im deutschen Kaiserreich und hat geglaubt, die deutsche Chemieindustrie wäre so überlegen, dass die Kriegsgegner nie zurückschlagen könnten. Das war natürlich eine absolute Fehleinschätzung. Ziemlich schnell kam der alliierte Gegenschlag und seitdem gehörte der Gaskrieg zum Grauen des Ersten Weltkrieges. Dazu immer wirkungsvollere Gaswaffen wurden erfunden, zum Beispiel das berühmte, berüchtigte Senfgas. Wir haben hier ein Foto, da sieht man kanadische Opfer von Senfgas. Das ist ein Gas, das die Haut angreift, verätzt, verbrennt, also erzeugt wirklich Verwundungen wie Brandwunden und das sieht man eben an diesen Soldaten sehr eindrücklich. Haber hatte keine Gewissensbisse, keine Skrupe. Er hat 1918 noch gesagt, das Lost, also das Senfgas, war ein fabelhafter Erfolg wegen seiner Hautwirkung. Hier sehen wir Haber in Aktion, hier bespricht er sich mit anderen Gaspionieren und im Vordergrund sind Gasgranaten zu sehen. Also das Giftgas als Mittel seinen persönlichen Ehrgeiz ein Stück weit auch zu befriedigen. Es hat ihm eine Machtposition im Kaiserreich im Ersten Weltkrieg gegeben, aber den Krieg konnte es nicht zu Deutschlands Gunsten entscheiden. Nach dem Ersten Weltkrieg blieb Haber diesem Feld treu und er hat unter der Hand Geschäfte vermittelt. In den 20er Jahren kam es zum Aufstand im spanischen Marokko. Die spanische Armee erlitt eine demütigende Niederlage und wollte sich an den ausständischen Riffkabilen, einem Berberstamm, rächen und hat sich Expertise aus Deutschland geholt. Haber hat vermittelt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm, Hugo Stolzenberg, eine Giftgasfabrik bei Madrid gebaut hat und die spanische Armee hat dann durch massiven Senfgaseinsatz diesen Ausstand niedergeschlagen und die Gebiete, die damals mit Senfgas bombardiert wurden, sind bis heute Gebiete, in denen die Krebsrate in Marokko besonders hoch ist. Für Stolzenberg ein gutes Geschäft. Und das leitet über zu der zweiten Geschichte, die ich vorstellen möchte. Da geht es nämlich auch darum, wie man mit Giftgas viel Geld verdienen kann. Ja, diese Geschichte trägt den Titel Ein Mordsgeschäft. Das ist jetzt Programm. Es geht um eine badische Firma, die Firma Imhausen Chemie. 1984 unter der Leitung eines gewissen Jürgen-Hippen-Stiel Imhausen. Wir sehen ihn hier auf diesem Spiegelcover abgebildet. Unter der Überschrift der Giftgas-Skandal. Gaddafi-Partner Imhausen. Was war passiert? 1984 ist ein Strohmann im Auftrag der libyschen Regierung, damals unter der Führung des Diktators Gaddafi, an Hippenstiel Imhausen herangetreten und hat ihm ein Mordsgeschäft vermittelt. Er sollte eine Giftgasfabrik in Libyen bauen. Hippenstiel Imhausen hat das in die Wege geleitet, hat das organisiert, obwohl er genau wusste, dass er damit gegen das Außenhandelsgesetz verstößt, dass das illegal ist. Und nebenbei bemerkt, hat er seine Gewinne aus diesem Mordsgeschäft auch nicht versteuert. Dieses Mordsgeschäft betrug, hatte ein Auftragsvolumen von 256 Millionen D-Mark. Bereits 1985 gab es Hinweise darauf, die deutsche Regierung hat das aber nicht ernst genommen und erst 1988 auf Druck der amerikanischen Regierung, die Geheimdienstberichte über den Bau dieser Giftgasfabrik hatte, hat man Ermittlungen in die Wege geleitet, die allerdings erst relativ halbherzig waren und Hippenstiel Imhausen hat das weit von sich gewiesen. Die Presse hat eigentlich Wind davon bekommen und die New York Times berichtete am 2. Januar 1989 unter der Überschrift Auschwitz in the Sand. Also hier wird sozusagen ein neues Auschwitz gemacht. Hintergrund war, dass Gaddafi gedroht hat, er würde auch Israel bombardieren und wenn er Giftgas zur Verfügung gehabt hätte, hätte er das eventuell eben auch mit Giftgas tun können. Deswegen diese Assoziation mit Auschwitz. Die deutsche Presse griff das auf. Eben der Spiegel berichtete vom Giftgasskandal. Die Bundesregierung hatte jetzt keine andere Wahl mehr als zu ermitteln. Und es kam dann tatsächlich zum Prozess gegen Jürgen Hippenstiel Imhausen, der eben noch Anfang 1989 in arrogantem Ton jegliche Beteiligung an so einer Giftgasfabrik abgestritten hatte. Hören wir kurz in einen Bericht über den Prozessbeginn hinein. Erst kam ein Handkarren voller Beweismaterial, dann ein gut gelaunter Staatsanwalt und schließlich Jürgen Hippenstiel selbst. Von 13 Monaten Untersuchungshaft sichtlich mitgenommen. Und sollte das Gericht der Anklage folgen, droht ihm noch mehr. Die Höchststrafe für den Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz liegt bei drei Jahren. Fünf weitere könnten dazukommen, wenn in Mannheim auch gleich über Steuerhinterziehung verhandelt wird, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Zur Sache gab es vom Angeklagten heute nichts zu hören. Statt einer Aussage nur eine Fototermin. Jürgen Hippenstiel, so hieß es, wolle sich aus Gründen seiner persönlichen Sicherheit nicht äußern. Das soll wohl heißen, dass er sich im Fall einer Aussage von den Libyen bedroht fühle. Geäußert hat er sie bisher einmal vor anderthalb Jahren. Unsere Firmengruppe hat nichts, aber auch gar nichts mit der, um es salopp zu formulieren, Libyen-Geschichte zu tun. Ja, hatte sie eben doch. Sie hat ein gutes Geld damit gemacht. Und Jürgen Hippenstiel im Hausen wurde tatsächlich zu fünf Jahren Haft verurteilt, von denen er vier abgesessen hat. Danach hat er sich nach Südfrankreich zurückgezogen und konnte dort relativ gemütlich leben, weil er nur einen kleinen Teil seines Gewinns zurückgezahlt hat. Also von den hinterzogenen Steuern verurteilt wurde er wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 16 Millionen D-Mark. In Wirklichkeit war es noch deutlich mehr. Hat er nur einen kleinen Teil zurückgezahlt. Man schätzt, dass er möglicherweise mindestens 30 Millionen D-Mark zur Seite schaffen konnte, die ihm dann nach seiner Haft immer noch zur Verfügung standen. Der Hintergrund, der von der Opposition und auch der Presse kritisiert wurde, war natürlich, die Regierung ist zu nachsichtig mit Exporteuren. Stichwort Exportweltmeister Deutschland. Und ein Referatsleiter des Zolls fasste das unter dem Motto zusammen, so wenig wie möglich stören, so wenig wie möglich kontrollieren, so stark wie möglich den deutschen Export fördern. Ergebnis eben Giftgasfabrik in Libyen. Das Ganze hatte noch ein kleines Nachspiel. Im Jahr 2011, Gaddafi-Regime gestürzt, wurde das Chemiewaffenprogramm in Libyen abgewickelt. Unter internationaler Aufsicht wurden die Chemiewaffen vernichtet. Und 2017 wurden die letzten Chemikalien, die noch vorhanden waren, also die für die Produktion von Giftgas benutzt hätten können, wurden in Deutschland in der Nähe von Munster von der Firma GK vernichtet. Sie kamen in großen Tanks, das waren immer noch 500 Tonnen Chemikalien, an. Und von diesen Tanks haben wir hier Ausschnitte aus der Außenhaut in der Ausstellung. Die Symbole für giftig und ätzend verwiesen auf den gefährlichen Inhalt. Das ist sozusagen, was wir hier sehen in der Ausstellung, ist der letzte Rest, wenn man so will, des libyschen Chemiewaffenprogramms, der dort vernichtet wurde. Hibnisch die Imhausen hat in den 80er Jahren die Lieferung dieser Chemikalien nach Libyen organisiert. Jetzt wurden sie in Deutschland vernichtet. Hibnisch die Imhausen hatte damit Dutzende Millionen D-Mark verdient. Jetzt kostete die Vernichtung den deutschen Steuerzahler ungefähr eine halbe Million Mark. Und der Kreis schließt sich, denn dort, wo es vernichtet wurde, bei Munster war im Ersten Weltkrieg unter der Führung von Haber das Chemiewaffenzentrum oder die zentrale Herstellungseinrichtung für Chemiewaffen in Deutschland. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie, so es dann hoffentlich bald möglich ist, in leibhaftiger Gestalt in unsere hoffentlich bald wieder geöffnete Ausstellung kommen würden. Vielen Dank. Vielen Dank.